Na, und ich bin echt von dem E-Brillen, ich mach mal Kommt Nein, 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 nein Nice PANTA, so ist es für FIFA 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 Vertrag ist unterschrieben, Henny, und ich fang dann nächsten Monat fang ich schon mit an, bei den ersten großen Matches mitzuspielen Wunderschön, es ist alles durch, Jungs Ist das? Hallo, hört man mich? Ja. Ja gut, okay, pass auf. Also, ihr müsst jetzt meine Skills begutachten und wir dann sagen, ob ich für Tenter ausreichend... ...und viele oder nicht, Alter. Ich krieg dich auch immer. Komm her! Mama! Wann? Da ist ein Spielchen! Das Möff von L.E.M. Das Möff von L.E.M. Naja. Digga, ich hab 2 Millionen Abonnenten, Alter. Ich bin dagegen. Oh, oh, oh. Du bist Geld, Guys. Du bist Geld, Guys. Nice. Es ist einfach gerade alles so laut. Fickt euch. Ah, Putin. Putin is good for us. L.E.M., du bist Gold 1. Du bist Gold 1. Oh, Jungs, ich hab einen. Oh, das ist schön. Es ist nicht get right, es ist get left, Jungs. Eigentlich müsste es heißen, äh, get wrong, aber... Jungs! Stimmt, du hast gerade von der Dings bekommen, von der Hofe. Nice. Habe ich jetzt einen Tripper? Ja, diesmal. Nice. Du bist jetzt auch geldgeil. Oh. Jungs! Ich liebe die schallgedämpfte... Jungs! Jungs! Weißt du, was ich lustig finde? Ich fick ihn, Jungs! Wotern, wotern? Dem Silber Elite. Der hat teureres Grenzen als ich, Mann. Waaah! Oh mein Gott! Blöder Wichser, Alter. Kämpf sie. Kaff sie. Volles Dormann. Ah! Scheiße. Alter, bestflashing. Nice. Er hat mir gegeben. 50 AP. Hey, meine Bienchen. Heute wieder ein Review Haul. Haul Review. Fängt sie so an, oder wann? Ja, weiß ich doch nicht, Mann. Ich wollt grad sagen, woher weiß du das? Ich weiß nicht, dass sie ihren Abonnenten-Vierchen nennen. Ich weiß nicht, dass sie ihren Abonnenten-Vierchen nennen, ne? Nein, nein. Du bist einer, der stet sich in Wecker für die ehre Videos macht. N-Natürlich! Ich weiß auch wann man die die Video abgelehnt. Freitag, 8 Sekunden, abends für die Vorhundern. Ich bin da, Kipi! Ja! Wer ist runter? Nein! Danke, Oli! Danke, Oli! Nice one, Oli! Hä? Ja, Hauptsache, Penta! Nein! Penta in der Ecke! Links in der Ecke! Ich bin sehr verbunden, wenn ihr jetzt rotieren würdet. Wir haben Oli aufm Spot. Wo Oli? Ja, kommt mal bitte! Oli, ich komme! Ey, Oli! Aber dafür spielt er ziemlich solido runter! Kommt bitte! Schatzi, ich bin da! Oh, fuck! Ich brauche jetzt zu Hause! Was? Was? Nico, das tut mir echt leid! Ich habe den Wiener gesehen, reingeschossen und dann bist du auf einmal... Halt deinen Maul! Nico, bitte! Deploying Flashback! Ey, Mann! Ich habe es heute mit dem... Oli, die kam gut! Oli, hast du noch eine Flash? Von Henry? Nein, ich habe nichts! So! Oh! Der zieht oben! Der kriegt da den Bogen! Achso, warte mal! Soll ich euch eine MP... Oh, ich kriege einen MVP für die meiste Aluminium! Wer glaubt dem, Alter? Das glaubt mir keiner! Ich... ... ich hab' wieder gemacht, der... Scheiße! Ich musste zwar nicht... Maybe support me? Ich bin unterwegs. Ich kann auch über City zu B gehen, ich bin nicht safe! Ja! Oli! Bitte! Ich bin unterwegs, komm mal. Ja, da war er. Junge man, da waren grad 5000 Steps diese Locke auch herangegangen. Ich weiß es nicht. Ich bin Haus. Wir waren gerade 2 drin. Da steht, da steht, da steht, da steht! Ey, was ist los, man? Ich hab ihn mit dem Rückwärtslaufen gegeben. Der cheated! Ja, ich hab so an... Ich hab 15 AP, macht mal was. Hat ne Aufforderung, dir in den Kopf zu schießen, oder? Oh, Alter, Henry. Mann, schreck mich nicht so. Ey, Mann, was ist denn das für ein scheiß Decken, Alter? Drei Leute gucken dahin. Ja, alles klar. Der hat so einen Lack heute. Saved dem 4, Mann. Ah, wo sind die? Was hast du heute für einen Lack, Alter? Ja, die waren grad anscheinend ganz stark angehlt. Tim, bist du mit was mitlegen zufrieden? Oh, waschen. Ja, Tim ist sehr, sehr billig. Na eben. Kennt sich Eureweg aus. Eureweg! Biss ich doch. Oh. Einer geht noch. Einer geht noch. Komm, 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 komm. Allee, lass dich mal hier noch. Schau, Hausausgang. Nee. Wird nicht zu hart. Ab ihn. Okay, warte, ich glaub... Noch einer. Ich glaub ich einer in der Mitte, ich bin mir nicht sicher. Ja. Oh, Olli, Olli. Okay, aber die Typen aimen auch wirklich schlecht, Jungs. Ja, aber Hauptsache mir all day one klicks drückt, ne? Passiert. Okay, okay. Wir tun hier ein Tor im Tor. Ja, safe. Einer opponent eine Arbe. Aber du hast safe bei CT ab, ey. Nee, ich safe nicht. So. Ich lass es für die noch teuer werden. Die auch safe. Ja, du hast End-Kammer-1. Du kannst nächste Runde nicht kaufen, wenn du jetzt noch willst. Ja, ich kann legen, ich kann legen. Sound muted. Sound resumed. Heilige Scheiße. Ja, heilige Scheiße. Das ist Respekt, das Spiel. Du kannst ja auch die Orben neben uns laufen, ne? Könnt ich machen. Die Leute sind eh verliegen. Echt's On-Spot. Echt's On-Spot? Was da? Eik, guck! Ich hätte nicht so gefeiert, ich hätte das jetzt gemacht. Oh, Mann. Gut, halt. GG, easy guys, jetzt komm her! Okay, ich hab das alle gefehlt. Ich hab das alles gefehlt, ich hab das nicht immer gesagt. Ich hab das nicht immer gesagt. Nice, Mann. Das Placement, Alter. Ja, bestimmt hat er gerade irgendein Produkt vorgestellt während der Halbzeit-Pause, Mann. Ich schwör, Alter. Product Placement. Und hier, das ist mein neuer Lippenball-Wand. Echt gut, müsst ihr mal probieren. Und hier ist mein neuer Vibrator. Das steckt mir mal in den Mund, weil ich scheiße bin. Ja, ich glaub nicht, dass man... Das war auf jeden Fall lustig. Mann, fickt er mich. Achso, sorry. Sorry, Küssen. Einfach, hör die Bumpe zu, bevor du pushst. Verdammt! Oh, Mann. Alter, wakbar! Hier, wakbar! Hm. Ja, okay, ich hab gehört, ich hab dir ein bisschen was abgezogen. Ähm, nur 42. Guter Mate. Statement dazu, Henry. Ja, passiert mal zu 4. Ich hab auch mal gehört, dass der Fall ist, mein neuer Maid, einfach neuer Fahrer. Scheiße, ich hab mal. Ey, du willst mich doch dick verarschen, ey. Junge, ich feite mit dem die ganze Zeit. Ey, da kam ich ein Schuss, seitdem ich unter dem. Achso. Also, eigentlich. Facken. Facken. Das macht doch gerade interessant, meinst du nicht? Du bist doch gestorben. Für mich ist es ganz gut ausgegangen. Wichser. Wichser. Ja. Nice. Schön auf 40 AP runter. Dankeschön, du Arschloch. Ja, ja. Nice, Olli ist auch geil. Wenn dafür, lass mal alle einmal das heißt. Na komm, mach. Komm, ein, ein, ein. Es braucht nur noch einen Schuss für den. Na komm, Olli, hier. Ach, nee, du hast ja schon. Nee, lass mal fisch. Nee, komisch. Jetzt war keine Absicht, dass ich... Ich hab ein Balkon, Henry. Ja, schön, ich hab 17 AP. Also, ich vermisse auch nicht, was mit dem Balkon ist. Machen wir, machen wir, Henry. Ich wollte ihn gerade mit Damon ansprechen, aber Henry macht er. Nee, Markus bin ich. Kann mir einer an eine P90 legen? Krebs, die hässliche... Es kann keiner... No, okay. Okay, dann muss ich... Ich bin ohne Helm, ne, also. Let's go! Hast du dem Soldaten keinen Helm aufgesetzt, oder was? Scheiße. Olli, Hashtag Letzter. Nice! Meine Steuerung hängt... Olli, Hashtag Letzter. Ist der Lenkrad irgendwie mir eingerastet, oder was? Ja, Tim. Stimmt, das ist das Kale, ne. Ich bin von der Pistole. Komm. No, 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 no. Das ist ein Bot-Tool. Wir sind noch fast zu holen, ey. Wie, 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 wie? We have the leader. We have the leader. Now I didn't go around, some people living their life in vitals. When daddy had the golden flash, that stroke every day in Chicago. Some people like the way it feels. Some people want to kill their sorrow. Some people want to beat in with the popular, that was my problem. I was in a dark room, loud tombs, looking to make a vow soon. Great coordination.